Hallo, mein Name ist Isabella Gruber, ich bin 17 Jahre alt und ich wohne hier in Scherding. Ich bin in die siebte Klasse und mittlerweile besuche ich die Schule schon seit drei Jahren. Ich bin ins Park Scherding gegangen, weil ehrlich gesagt, ich wollte am schnellsten Weg zur Matura kommen und man hört eigentlich nur gute Sachen und ich kann das auf jeden Fall bestätigen, also ich bin mit meiner Entscheidung wirklich zufrieden. Ich finde das Park ist eine super Schule, wenn man schnell zur Matura kommen möchte und ich glaube man kriegt alles, was man von einer Schule braucht, also ich könnte mir nicht vorstellen, was ich mehr brauche. Hallo, ich bin die Viktoria Löscher aus der 5BB und ich bin ins Park Scherding gegangen, weil ich da eben schon in der Unterstufe war und da halt das Schulgebäude und vor allem großteils von den Lehrern schon kennt habe. Eine große Rolle bei meiner Entscheidung hat auch gespielt, dass die Schule vierjährig ist, inklusive Matura. Ja, hallo, ich bin der Timon, ich bin 16 Jahre alt, ich gehe seit dem Jahr ins Park in Scherding und was mir sehr gut gefallen hat, weil ich bin jetzt neu in die Klasse reingekommen, dass ich sehr gut aufgenommen worden bin und dass ich sofort von alle in die Klasse reingekommen habe. Ich habe mir überlegt, weil ich gehe ja in den sozialen Zweig, dass ich ein bisschen von den Projekten erzähle von sozial. Und zwar, es gibt viel, viel verschiedene Möglichkeiten, dass man sich sozial, also persönlich bildet würde ich mal sagen. Und zwar zum Beispiel zu Beginn, weil die Soho-Tage bzw. Kennenlerntage, man macht viel Übungen, dass man sich gut in der Gruppe präsentieren kann, aber auch sich selber gut präsentieren kann und man lernt einfach unglaublich viel über das Zusammenleben, über das Miteinander und es ist auf jeden Fall voll die gute Möglichkeit fürs Leben, fürs Weitere. Warum hast dich denn du fürs Borg entschieden? Weil ich Schauspieler werden möchte und ich deswegen den Zweig sozialkommunikativ ganz interessant finde, zum Beispiel für Sozialerziehung oder Kommunikation, wo es zwar wichtige Fächer sind, die man dann schon ab der fünften hat, und dann Projektmanagement ab der sechsten Klasse, die muss man bestimmt im weiteren Berufsleben noch weiter helfen werden. Hallo, ich bin Leonie Müllberg und ich gehe im 5BW. Ich denke, dass Borg der richtige Ort für mich ist, weil meine Stärken durch den Zweig sozialkommunikativ sehr gestärkt werden und da ich Polizistin werden möchte, denke ich, dass es auch dazu passt und sinnvoll ist. Hallo, ich bin Sophie Schwarz und ich gehe in 6BA und ich bin ins Vorgang, weil das der schnellste Weg zur Matura ist und weil man dann auch nur alle Möglichkeiten offen hat. Ja, und ich bin voller Überzeugung, dass der Zweig Sozialer und Kommunikation mir in meinem weiteren Leben, vor allem in meinem Berufsleben, sehr hilfreich sein wird. Ich glaube, das Tag ist der richtige Ort für mich. Stand wieder an! Stand wieder an! So verb beneficische Musik Untertitelung des ZDF, 2020